Wir haben bei Unicorn quasi einen komplett neuen Job geschaffen. Es gab vorher Community Manager und es gab Barista und wir haben quasi daraus eins gemacht, nämlich den Community Barista. Die Community Barista sind das Herzstück eines jeden Spaces. Ich als Community Barista empfange unsere Mieter jeden Morgen. Ich bereite ihnen ihren Lieblingskaffee zu und bin einfach den ganzen Tag für sie da. To coordinate all the appointments and everything that is happening in the space. Einen guten Community Barista macht Freundlichkeit aus, vor allem Aufmerksamkeit und die Leidenschaft und das nicht nur beim Kaffee. Passion, Organization and Kindness. Dass Oka-Papier da ist, Postannahme, das Verschicken von Post. Ich kümmere mich um alle ihre Anliegen, um den Alltag im Büro und was da manchmal vielleicht auch für Probleme aufkommen. Wir sind Freund und Helfer, komplett für alle Anliegende, Coworker, Problemlöser. Also diese ganzen Kleinigkeiten, die man im Alltag eigentlich gar nicht so sieht, die einem erst einmal auffallen, wenn sie nicht mehr da sind. Wir bieten auch Catering an, wir haben auch Events, die gerne durch uns durchgeführt werden können. Unser Motto ist ja Workspace as a Service und das nehmen wir wirklich auch sehr ernst. Das heißt, wir sind alle immer bereit, noch die extra Meile zu gehen, damit unsere Mieter sich wirklich wohl bei uns fühlen.